hi leute willkommen zu meinem neuen video und hier möchte ich mal zu einer frage was sagen die ich auch oft bekomme aber ich kann da ehrlich zu sagen nur ich kann da nicht viel zu sagen weil ich es nicht nutze ich werde immer wieder zu diesem hd plus gefragt ob das sinn macht oder wie man es hacken kann oder ob man das irgendwie günstiger bekommt und 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 da muss ich ganz ehrlich mal dazu sagen mit dem krempel habe ich mich im großen ganzen noch nicht beschäftigt warum habe ich mich damit nicht beschäftigt ich sehe es einfach nicht ein für hd fernsehen das heißt fernsehen in hd qualität was es ja noch nicht mal ist 50 euro pro jahr zu bezahlen und da habe ich auch gleich noch eine freudige mitteilung für alle die das nutzen ab 2014 anfang oder mitte 2014 wird der ganze spaß nämlich erhöht auf 60 euro pro jahr dann gibt es auch ein neues modell von hd plus dann kann man das hd plus nämlich sogar abonnieren wie so einen normalen bezahlsender einziger vorteil es gibt keinen einziger nachteil wenn man den krempel abonniert hat und hat man eine sehr enge kündigungsfrist dies kurz vor ablauf des vertrages ich glaube ein monat vor ablauf des vertrages verpennt man die oder vergisst man die hat man den ganzen scheiß noch ein jahr am backen also von diesem abo modell rate ich dann komplett ab was bringt einem das hd plus ja eigentlich nur fernsehen in hd qualität wobei auch da sehr starke abstriche gemacht werden müssen ich habe mir das mal angeschaut richtig hd ist es ja eigentlich nicht es ist mehr so eine art hd ready was da übertragen wird die meisten sender senden nur so in 720p das ist kein full hd das heißt ihr bezahlt full hd erhaltet aber kein full hd und an sich bin ich sowieso skeptisch was diese ganze methode mit diesem hd plus bezahlen betrifft denn wofür bezahlt man hier eigentlich ist das nicht eigentlich ein riesen betrug im großen und ganzen habe ich verstanden wo sie den krempel eingeführt haben nehmen wir mal an alle sender haben das jetzt von heute auf morgen eingeführt war ja damals muss ich mal kurz nachgucken ich habe mir das hier aufgeschrieben wann das war 2009 2009 wurde das eingeführt und dass da hd plus bezahlfernsehen war konnte ich vielleicht noch nachvollziehen da diese ganze umstellungsvariante vielleicht bezahlt werden musste alle müssen sich neue kameras kaufen neue schnittprogramme und so weiter und so fort dass sie da ein bisschen geld reinholen wollten konnte ich verstehen allerdings haben wir jetzt 2014 kein schwein arbeitet mehr mit sd das heißt alle sender haben komplett auf hd umgestellt jeder besitzt seine hd kameras jeder hat seine hd schnittprogramme alles läuft nur noch in hd warum soll man dann für dieses hd dieses mehr an bildqualität 60 euro im jahr bezahlen und vor allen dingen wo soll das dann enden jetzt 2014 sind 60 euro sagen wir dann 2016 machen wir gleich mal 100 euro im jahr und 2017 würde ich mal vorschlagen 20 euro pro monat wäre doch eine lösung für ganz einfach nur normale privatsender die sowieso alle fünf minuten werbeunterbrechungen machen die fast sieben minuten lang sind soll ich dann noch mal 60 euro bezahlen nur um den krempel mir anzugucken also ich rate immer zwingend davon ab dieses system zu kaufen denn umso mehr leute das system umso mehr leute oder umso mehr fühlen die sich natürlich bestätigt in dem was sie tun und umso höher die wahrscheinlichkeit dass die hd frei empfangbar sein wird es gibt zwar frei empfangbare sender wie die öffentlich rechtlichen und ein paar einzelne die das auch so noch frei ausstrahlen aber im großen ganzen die ganzen privatsender in deutschland bieten das halt nur in der bezahlvariante an meiner meinung nach ist wenn sie es wirklich wenn sie sich wirklich so sicher sind dass die zuschauer dafür geld ausgeben schaltet doch die kompletten privatsender ab verschlüsselt sie und soll jeder den kram generell im abo nehmen das wird wohl nicht funktionieren nehme ich mal an denn im großen und ganzen bin ich immer noch der meinung dass das fernseh böse am abschmieren ist und man sieht es ja auch hier an den zahlen ich habe sie mir mal rausgesucht 2013 haben 1,4 millionen haushalte in deutschland hd plus kostenpflichtig abonniert naja 1,4 millionen hört sich zwar jetzt viel an aber wenn wir mal schauen wie viele haushalte es in deutschland gibt ist das doch eine verschwindend geringe zahl das heißt also im großen ganzen viele leute schauen weiter weil sie einfach nicht einsehen dafür so einen haufen kohle hinzulegen hd zu schauen das problem ist um hd zu schauen muss man auch noch andere voraussetzungen mitbringen man braucht hd fähige geräte man braucht geräte mit diesem kartenslot in diesen kartenslot muss dieses cl modul rein das muss man auch noch extra kaufen und dann muss man diese hd karte kaufen das heißt alles in allem ist ein ganz schöner kostenaufwand für den endnutzer und viele sind einfach nicht bereit für das schnöde stupide standard scheißdreck fernsehen was halt hier so läuft so viel kohle auszugeben und deswegen bin ich immer der meinung man sollte die finger von diesem hd plus machen ich meine wer die 50 oder 60 euro oder vielleicht irgendwann 100 euro im jahr übrig hat bitte ich möchte es auch nicht verbieten so ein kram zu kaufen allerdings man soll immer im hinterkopf behalten je mehr menschen das machen je höher die wahrscheinlichkeit dass immer mehr kostenpflichtig wird das heißt dass diese ganze geschichte a immer teurer wird und b tja dadurch viele haushalte immer unerreichbarer was wenn irgendwann mal jemand auf die saublöde idee kommt das sd zeug abzuschalten dann habt ihr nur noch bezahlfernsehen mir ist das scheißegal ich gucke den kram sowieso so gut wie nicht mir reichen die drei vier öffentlich rechtlichen sender die muss ich sowieso schon bezahlen mit meiner gez die auch nicht gerade billig ist und da habe ich absolut keinen bock auf noch mehr kosten für noch mehr fernsehen was ich sowieso nie schaue weil ich habe einfach keine zeit für fernsehen ich habe einen job ich habe youtube und wenn ich überhaupt was schaue dann gucke ich im internet nach meinem inhalten oder hauptsächlich auf youtube gut so das ist meine meinung zu diesem ganzen hd plus gedöhnt ihr könnt mir aber eure meinung unten in die kommentare reinschreiben was haltet ihr von hd plus findet ihr das eine super tolle sache würdet ihr das noch teurer machen das ist ja absolut das nonplus ultra oder würdet ihr das kaufen egal was das kostet oder ist das in euren augen einfach nur schnöder schwachsinn und ihr lasst das einfach bleiben so ich sage hiermit tschüss bis zum nächsten mal euer mark auf youtube und 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 Untertitelung des ZDF, 2020